Grüß Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe der Wochenwettershow für die Region Arlberg vom 10. bis 16. März. Ein riesiges Hoch und ein kleines Tief treffen sich mittelfristig bei uns. Mal ist eher das Hoch mit Sonne dran, mal das Tief mit etwas Regen oder Schnee. Eines steht fest. So schön, sonnig und vorfrühlingshaft wie am vergangenen Wochenende wird es nicht mehr. Wir schauen hier auf die Livecam St. Anton am Arlberg und sehen zum Wochenstart einen fast stahlblauen Himmel. Gute Fernsicht gab es dazu und ähnliches Wetter auch in Lech am Arlberg. Man sieht hier sehr schön den azurblauen Himmel, der Kontrast zu den weißen Bergen, wirklich ein richtiger Augenschmaus. Am Dienstag können wir das Ganze noch einmal genießen. Richtig schön sonnig von früh bis spät. Vielleicht ein paar dünne Schleiewolken, aber viel ist da nicht zu sehen. Die Temperaturen, die steigen wieder deutlich ins Plus. Vier bis sechs Grad sind es und örtlich rund um St. Anton sogar bis zu sieben Grad. Dann allerdings kommt eine schwache Kaltfront am Mittwoch auf uns zu. Die macht es für einen Tag mal grau. Die Berge sind in Wolken gehüllt, fällt ein bisschen Schnee oder Schneeregen. Dann wird sich wieder ein Hochdurchsetzen. Donnerstag, Freitag immer sonniger und dann auch wieder wärmer bis zu sechs Grad am Freitag unten im Tal. Der Sonnenskilauf in St. Anton am Arlberg ist seit jeher filmreif. Nun wird der Pistenzauber sogar Oscar verdächtig durch das neue Mountain Media Center im Karl-Schrantz-Zielstadion. Hier können sich Skifahrer noch bis zum 22. März täglich zwischen 15 und 19 Uhr kostenlos die neuen GoPros und Seel Optics Kamerabrillen leihen und damit ihren persönlichen Skitag oder Urlaubstag filmen. Das professionelle Filmteam von Motion Manager steht dabei natürlich mit vielen Tipps und Tricks zur Seite. Das Beste daran, das Ganze ist kostenlos. Und jetzt für Sie natürlich kostenlos die Aussichten für das kommende Wochenende. Es sieht einigermaßen gut aus. Wir haben zwar jetzt nicht das dicke Hoch bei uns, aber Sonnenschein und Wolken im Wechsel. Nur Richtung Alpenhauptkamm kann mal der eine oder andere Regentropfen oder ein Schneeflocken fallen. Sonst bleibt es trocken und wie gesagt zeitweise sonnig. Die Temperaturen eher mild. Vor allen Dingen auch oben auf den Bergen bleibt es frostfrei. Nur nachts örtlich leichter Frost. Die Kalkalpen im Norden und die eisbehangenen Felsgegangsten im Süden prägen die einzigartige Bergwelt von Lechzius am Arlberg. Wer einmal einen kristallklaren Wintermorgen auf einer der zahlreich frisch präparierten Skiabfahrten oder eine der hochalpinen Tiefschneeabfahrten erlebt hat, den lässt die Faszination dieses Gebietes und die Leidenschaft für den Skisport nicht mehr los. Unübertroffene Vielfalt und Schneesicherheit von Ende November bis Anfang April machen dieses Skigebiet zur Wahlheimat anspruchsvoller Wintergäste. Und auch für Geländefahrer ist die Region ein absolutes Tiefschneeparadies. Jeden Donnerstag können Sie übrigens auf www.skiflash.at inspirierende Bilder mit Schneebericht und aktuellem Wetter direkt aus dem Skigebiet Lechzius am Arlberg genießen. Und nun wünsche ich eine angenehme, eine erlebnisreiche Woche bei uns in der Region Arlberg. Das Wetter wird ja ein bisschen wechselhaft, aber die Sonne ist auch dabei. Servus und bis bald.